Es vergeht derzeit kaum eine Woche, in der nicht irgendwo in einer Zeitung zu lesen ist, dass jemand die Rückkehr zur Atomkraft als Lösung für die Klimakrise fordert. Atomkraft, so scheint es, ist wieder salonfähig geworden. Das Märchen vom angeblich so sauberen Atomstrom macht wieder seine Runde. In dieser Podcast-Folge entlarvt Angela Wolf den alten Propagandahut der Atomindustrie. Laut dem Weltstatusbericht zur Atomenergie sind 2019 weltweit insgesamt 417 Atomkraftwerke in Betrieb. Ihr Anteil an der Deckung des weltweiten Energiebedarfs beträgt gerade einmal 2%. Im Strommix machen sie 10% aus. Mal angenommen, Atomenergie wäre tatsächlich so klimafreundlich, sauber und unbedenklich, wie ihre Befürworterinnen und Befürworter uns immer wieder Glauben machen wollen. Wäre es überhaupt realistisch, die Atomkraft in absehbarer Zeit so weit auszubauen, dass sich das positiv auf den Klimaschutz auswirken könnte? Die Antwort lautet ganz klar Nein. Ein derartiger Ausbau der Atomkraft wäre nicht nur ethisch und ökologisch fatal, er ist obendrein geradezu utopisch. Allein um die Atomkraftwerke zu ersetzen, die ihre Betriebsdauer überschritten haben, müssten in den nächsten 10 Jahren fast 100 neue Atomkraftwerke ans Netz gehen. Auf die kommenden zwei Dekaden gerechnet, wären fast 300 neue Reaktoren nötig, nur um alte Meiler zu ersetzen. Damit wäre noch kein einziges Kohlekraftwerk abgeschaltet. Bis zur Inbetriebnahme eines Atomkraftwerkes vergehen mit Planung und Bau ungefähr 20 Jahre. 2019 befinden sich weltweit 46 Reaktoren in unterschiedlichen Bauphasen. Mehr als die Hälfte dieser Projekte werden, so viel ist bereits jetzt absehbar, weitaus länger dauern als geplant. Es ist also noch nicht einmal vorstellbar, dass die Atomindustrie ihren Status quo halten kann, ganz zu schweigen von einem Ausbau der Risikotechnologie. Selbst wenn es möglich wäre, in den nächsten 20 Jahren die Anzahl der Reaktoren weltweit zu verdoppeln, hätte das nur einen minimalen Effekt. Die Atomenergie würde nach wie vor keinen wesentlichen Beitrag zur Energieerzeugung leisten. Atomkraft ist zu langsam. Da hilft es schon gar nicht, wenn Atomkraftbefürworterinnen und Befürworter angeblich neue Reaktorkonzepte anpreisen, die teilweise schon in den 50er Jahren erdacht wurden. Sie stehen ganz am Anfang ihrer Entwicklung und sind Jahrzehnte von einer Baureife entfernt. Auch sind sie keinesfalls so unproblematisch, wie oftmals behauptet. Ein weiterer Aspekt ist Rohstoffmangel. Bei einem massiven Ausbau der Atomenergie wären die Uranvorräte bald erschöpft. Der Abbau des Rohstoffs wird zunehmend schwieriger, schmutziger und energieintensiver. Das gilt übrigens auch für die Idee, Uranpartikel aus dem Meer zu extrahieren. Der nötige Aufwand stünde in keinem Verhältnis zum Ertrag. Atomkraft hat keine Zukunftsperspektive. Sie ist ein Auslaufmodell. Erneuerbare Energien dagegen sind nachhaltig und Projekte lassen sich in nur zwei bis fünf Jahren umsetzen. Entscheidend sind die politischen Hebel, die endlich auch die Entwicklung und die Umsetzung von Speichertechnologien vorantreiben müssen. Atomkraft ist nicht nur langsam, sie ist auch viel zu teuer. Moment! Sollten wir angesichts der Klimakrise wirklich über Geld sprechen? Ja, sollten wir. Gerade jetzt kommt es darauf an, finanzielle Ressourcen sinnvoll und nachhaltig einzusetzen, damit sie für den Klimaschutz wirken können. Atomkraft ist im Gegensatz zu erneuerbaren Technologien keine sinnvolle Investition. Der Neubau eines Atomkraftwerkes kostet im Durchschnitt rund 10 Milliarden Euro und kann, wie das Projekt Tinkley Point zeigt, das mittlerweile mehr als doppelt so viel kostet, auch mal eben zum Milliardengrab werden. Umgerechnet auf die Kilowattstunde sind die durchschnittlichen Baukosten im Vergleich zu erneuerbaren Energien fast viermal so hoch. Wir sprechen hierbei nur von den Baukosten. Die Folgekosten, etwa für die Lagerung des Atommülls oder den AKW-Abriss, sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. Von den Kosten, die mögliche Unfälle verursachen könnten, mal ganz abgesehen. Fakt ist, Atomkraft ist ohne staatliche Subventionen überhaupt nicht finanzierbar. Sie hängt am Tropf der Allgemeinheit und ist gegenüber erneuerbaren Energien absolut nicht wettbewerbsfähig. Schauen wir auch auf die ökologischen und ethischen Rahmenbedingungen der Atomenergienutzung. Die Atomlobby spricht gerne vom sauberen Atomstrom. Dieser ist jedoch weder emissionsfrei noch klimaneutral, sondern tatsächlich ein schmutziges Geschäft. Das beginnt bereits mit den Bedingungen beim Uranabbau, der schwerwiegende Umwelt- und Gesundheitsschäden verursacht. Die Verwehung von radioaktiven Stäuben und die Verseuchung von Flüssen beschreibt aber nur einen Teil der Situation. Mit der zunehmenden Erschöpfung der Uranvorräte werden die Abbaubedingungen schwieriger. Der Energieaufwand nimmt zu und damit verschlechtert sich auch die CO2-Bilanz des angeblich klimaneutralen Atomstroms. Es ist richtig, dass Atomkraftwerke im Betrieb zwar radioaktive Emissionen, aber kein CO2 ausstoßen. Auch unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus atomarer Energiegewinnung sind die Emissionen eines Kohlekraftwerkes natürlich weitaus höher. Allerdings ist die Klimabilanz von erneuerbaren Energien wesentlich besser als die der Atomkraft, die sich zunehmend verschlechtert. Reden wir über Atommüll Die Atomindustrie hinterlässt radioaktive Abfälle, die über Jahrtausende hinweg eine massive Bedrohung für Mensch und Umwelt darstellen. Nach wie vor gibt es weltweit kein einziges dauerhaftes Lager für hochradioaktiven Atommüll. Die Suche nach einer Antwort auf dieses Problem ist immer nur die Suche nach einem Kompromiss und nicht nach einem Sicherheitsversprechen, das es über diese langen Zeiträume nicht geben kann. Jedes Gramm Atommüll ist ein Verbrechen an nachfolgenden Generationen. Mit einem weltweiten Ausbau der Atomkraft würde gleichzeitig das Risiko schwerer Atomunfälle zunehmen. Mit der Anzahl der Anlagen steigt zwangsläufig die Gefahr, dass Fehler gemacht werden oder technische Störungen außer Kontrolle geraten. Die Folgen eines schweren atomaren Unfalls sind weder menschlich noch finanziell tragbar. Aus diesem Grund gibt es auch keine Versicherung, die die Folgekosten abdecken könnte. Eine weitere Gefahr der Atomkraft steckt in den Proliferationsrisiken. Wenn der Zugang zu atomwaffenfähigen Materialen nicht abgebaut, sondern stattdessen sogar noch erweitert wird, birgt dies hohe Risiken, insbesondere in Zeiten zunehmend instabiler politischer Verhältnisse und internationaler Konflikte. Die globale Expansion der Atomkraft ist also weder realisierbar, noch wäre sie ökologisch sinnvoll oder ethisch vertretbar. Es käme einem Versuch gleich, Pest mit Cholera zu bekämpfen oder den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Doch was ist mit den Atomkraftwerken, die bereits laufen? In Deutschland sind derzeit noch sieben Atomkraftwerke in Betrieb. Warum lassen wir die nicht einfach noch ein paar Jahre länger laufen? Auch das ist keine gute Idee. Zum einen ist da das bereits beschriebene Atommüllproblem, zum anderen steigt das Risiko schwerer Störfälle mit jedem Tag, an dem die alten Meiler noch am Netz sind. Gleichzeitig behindert ihr weiter Betrieb die Energiewende. Atomkraftwerke sind nicht kompatibel mit erneuerbaren Energien. Sie können nicht flexibel rauf- und runtergefahren werden. Ihre Stromproduktion kann daher nicht an die wetter- und tageszeitbedingten Schwankungen bei den Erneuerbaren angepasst werden. Stattdessen erfolgt die Anpassung umgekehrt. Erneuerbare müssen immer häufiger dem Atomstrom weichen, wenn eine Netzüberlastung droht. Atomkraftwerke füllen also keine Lücken im Stromnetz, sie verstopfen die Netze und blockieren den zügigen Ausbau der Erneuerbaren. Ein erneuter Ausstieg aus dem Atomausstieg würde die Situation verschärfen und Investitionen in eine nachhaltige Energieerzeugung bremsen. Atomkraft und fossile Brennstoffe sind keine Brücke in das Zeitalter der Erneuerbaren. Sie sind ja genau das Ufer, von dem wir weg wollen. Um auf die andere Seite zu kommen, muss der Energiesektor konsequent umgebaut werden. Atomkraft steht diesem Umbau massiv im Weg. Ausgestrahlt fordert den sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie und eine zügige Umsetzung der Energiewende. Die Bundesregierung muss ihre Klientelpolitik umgehend beenden und die nötigen Hebel in Gang setzen, um die Klimaziele und den Eintritt in ein nachhaltiges Energiezeitalter zu erreichen. Weitere Informationen zum Thema und zu unseren aktuellen Anti-Atom-Kampagnen findest du auf www.ausgestrahlt.de. Eintritt 59 Prom Bereich Oder 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 Sind